Hallo Leute! Guten Tag! Ja, ich heute mal wieder mit der Wiener am Start und wir machen heute die Ice Ice Baby Challenge. Die Ice Ice Baby Challenge geht so. Wir haben einen Schaller mit Ice. Und das ist so ein bisschen wie die Chubby Bunny Challenge. Wir stecken uns so viele Eiswürfel wie möglich in den Mund und müssen halt nach jedem Mal Ice Ice Baby sagen. Ja, und ich würde sagen, los geht's! Schnick, schnack, schnack, schnack. Schnick, schnack, schnack. Was ist da? Ein Brunnen? Papier fällt in einem Brunnen? Nein, Papier verdeckt Brunnen. So ein großes Papier? Ja. Din A 0,5. Din A 0,5. Din A 0,5. 1,1 Baby. Okay. 4 Lippen. 1,1 Baby. 1 zu kalt! 2. Es sind 2? 1,1 ist es. 1,1 ist es. 4 zu kalt. 4 habe ich geschafft. 4 bisschen. 4 bisschen! Okay, halbiert? Ja. Eil, Eil, Baby! Eil, Eil, Baby! Die Kälte, die ausgutzt. Oh, Eisen, Eisenbeben. Kalt, hä? Dolle! Strahle? 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 Komm wir machen das jetzt nochmal so. Strahle? Also du eins und ich eins. Okay. Eins, eins Baby. Schwerer? Schwerer? Eins, eins Baby. 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 Ich füße keinen. Nein. Alter, Alter. Wie? Oh, vier ist so geil. Nur vier, schau mal. Vier. Ist doch auch so eckig. Ist doch eckig. Oh, hat jetzt keiner gewonnen, ja? Ich steck's jetzt trotzdem in die Hose. Nein, vergiss es. Vergiss es! Vergiss es! Nein! Nein! Vergiss es! Vergiss es! Vergiss es! Wehe, Idiose! Komm her, du! Komm her! Komm her! Komm her! Es reicht! Es reicht! Komm! Cut! 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 Nein! Ich zau trommel in der Teller, weil ich freu dich. Siehst du? Siehst du? Hier, hier, hier. Nein, hier ist nicht mehr. Du reicht es. Es reicht! Es reicht! Es reicht so. Ja ihr Lieben, ich hoffe, die Challenge hat euch gefallen. Wir haben beide verloren. Ich will ja... Lass uns das jetzt- Lass uns das jetzt. Lass uns... Ahhh! Ich war meine Hand! Das war meine Hand! Das war meine Hand! Das war meine Hand! Nein, 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 nein! Das reicht! Ah, ich bin tot für den Raum! So, jetzt ist es okay. Oh, Eis, Eis, baby Eis, Eis, baby! Oh, ich schwelze! Jetzt! Ist halt. Ist halt. Ist halt. Nein. Nehmen wir die mal ab? Nein. Ich meine ich schon. Ja. Das gleiche ist schon mit unserer Krippe, ey. In die Krippe. Hör auf, jetzt ist es gut. Es ist aber auch kein Ende, mein Freund. Aber wir sind nicht. Aber wir sind nicht. Aber wir sind nicht. Diese Kleidung. Diese Kleidung wachst du, ey. Wachst du. Wachst! Es ist multi. Ey, warte ich schon mal. Ja! Nein! Ah! So, Schluss! Hau ab! Verpfiss dich hoch! Verpfiss dich hoch! Ah! Perfiss dich hoch! Das destroy! Du hast dich hoch! Halle in die glre Prom &